herzlich willkommen zu dem neuen video hier haben jetzt glaube ich 17 uhr mehr punkt 17 uhr ein bisschen weniger als 17 uhr aber denkt man wird das video um 17 uhr sehen auf jeden fall möchte ich heute mit euch über die kanal mitgliedschaft reden und zwar kann man bei mir wie ihr sehen könnt kanal schafft schon machen ist das zwei wochen alles hier was ihr vor ort sehen könnt habe ich wisst ihr euch super chat auch habe auch außerdem super sticker kennt ihr das ja ich bin kennt das so sticker die man schicken kann auf jeden fall brauche ich eure hilfe da kann man erstens vorweg vor dem video führen krankensport in letzter zeit für die ganzen abos spenden die einfach nur absolut eskaliert sind für die ganzen likes die streams von echt ziemlich der hammer vielleicht heute abend noch stream je nachdem wie es von der zeit noch passt auf jeden fall brauche ich eure hilfe und zwar sieht ja hier es gibt vier schritte kanal mitgliedschaft ist fast abgeschlossen also von den schritten schutzweis fertig ich habe logos gemacht ich habe emojis gemacht typ auswahl halt hier schritt 3 schritt 4 alles werde ich einfach verfehlt mir jetzt hier schritt 1 stufen und vorteil hinzufügen und zwar müsst ihr mir jetzt hier helfen weil ich weiß nicht wie das gehen soll ich steht halt wie ich das einstellen kann für niedrige stufe mittlere stufe und hohe stufe weil viele leute gefragt haben wie die mir die kanal mitgliedschaft abonnieren können auf meinem kanal ihr wisst ich habe habe ich ja gesagt immer dass ich es habe aber ich weiß nicht wie es geht es steht halt hier von so funktioniert es bietet die für die kanal mitgliedschaft stufe vorteile an lohne mitglieder mit einzigartigen vorteilen okay ich weiß ich kann nicht lesen ist das erstmal so versteht halt hier der ganze text jetzt könnte ich theoretisch auf weiter drücken ja sind also ein paar informationen die ich wissen musste was ich halt so einstellen kann denke ich mir so okay mache ich auch weiter drücke ich dann jetzt bin ich hier was muss jetzt hinschreiben ich kann nichts schreiben ich kann nichts tippen weiß einer von euch der selber kanal mitgliedschaft hat wie das geht ich habe welche nämlich die am start sind die auch etwas ziemlich mehr nicht etwas sondern ziemlich mehr aber nicht ziemlich mehr beziehungsweise doppelt so viele abonnenten wie ich habe vielleicht könnt ihr mir da helfen wie gesagt ist wirklich halt hier auf weiter jetzt weiß ich was bei den vorteilen hinzufügen eintragen soll damit ich es hier abschließen kann würde mich mal interessieren wenn einer von euch da mehr weiß zu und kann es auf jeden fall wie gesagt unter dem video hier in die kommentare einschreiben oder über ins schreiben ich schreibe ich mal ganz kurz wie ich bei insta heiße ja komplett lust wartet war schreibe ich jetzt mal hier rein so könnt ihr mir gerne natürlich bei insta folgen so heißt ich beinahe so heißt bei insta m a i u r i so können gerne wir folgen der name hier vielleicht finde ich mich sogar bei bei alles klar das war ein video von mir wobei also so heißt ich halt wie gesagt hier oben in der zeile und wenn auf jeden fall einer von euch da informationen hat beziehungsweise weiß wie ich das machen muss mit der kanal mitgliedschaft könnt ihr natürlich gerne helfen würde mich freuen danke fürs zusehen und ich freue mich auf eure kommentare danke nochmal für den kranken supporten letzten streams und danke an jeden der unid hat so heute abend offenbar wir noch ein streamer schaffen danke vielleicht weiß wie gesagt einer von euch bescheid gerne mal in den kommentare anschreiben würde mich freuen weil da könnte ich halt das alles aktualisieren einstellen wäre echt weiß